So, wir kloppen direkt noch ne Folge raus, aber, und in der ich direkt mal sterbe, jawoll. Okay, das war jetzt echt unnötig. Du stehst auf deinem Kopf, Mann. Ja, ich weiß, das war meine Absicht. Wieso? So, Henker, steht das Ding da noch? Wollt ihr mich trollen? Ja, dann nehm ich halt den Hammer, Mensch. Ist auch... Nein! Das wird er durchschwimmen. Oh! Das hat uns jetzt da zerhauen, Mann. Das war irgende... Irgendein Holzbrett, was von oben kam. Jawoll, Junge. Na gut, dass wir noch nicht so weit waren hier, gut. Gut, dass es so oft gespeichert wird. Penetrantes speichern, FDW. War jetzt aber gut da mit dem... Nur, ich wurde schon wieder erschlagen. Von so nem Holzbrett. Mann. Das sah jetzt grad echt lustig aus aus meiner Perspektive. Ach komm, wer wird denn von der Euro-Palette zerschlagen? Das gibt's doch nicht. Das war so ne richtige Plattform. Achso. Mach den Dämmchen wo, meinst. Ja, mach ich doch. Nein! Nein! Ah, komm! Das war jetzt irgendwie unnötig. Nein! Nicht nachladen! Ich fliege dann, nein! Ich fliege dann, nein! Nein! Ah! Nein! Oh, der Kopf! Ah, Moment, ich nehm einfach die Heizung. Jawoll! Dummflug im Anflug sag ich dann nur. W- ... Untertitelung des ZDF, 2020